So, Nastin hat schon gepredigt. So, Nastin hat schon gepredigt, weil Gott diese wunderbaren Verheißung hat, und uns Teil hat aus seiner Götlichen Natur gemacht. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine gute Botschaft? Das ist dieser Bibelfers, was im ersten Petrus steht, was auch Nastin gesprochen hat. Darüber wollen wir heute ganz kurz mal nachdenken. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben durch die Begierde dieser Welt entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allem Fleiß und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, und in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Denn wenn diese Dinge in euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlehr sein. Nichts, nicht mehr. Denn die Kraft der Heiligen, die all die Dinge, die für die Leben und die Geheimdienste und die Geheimdienste ist, ist für uns eine Art und Weise, dass wir uns für die Heilige und Heilige Geheimdienste nicht haben. Und die durch diese Weise, die die Verlangenen und die Geheimdienste und die Geheimdienste und die Geheimdienste haben, bis wir mit diesen Teil der Heiligen Geheimdien haben, und aus den Verlangenen, die in der Geheimdienste ist, schlussendet werden. Und danach hat man das Argument zur leven. Ich will Jesus in der Heilige Liebe und 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 in der Heilige Liebe Liebe. Aber ich möchte auf eine Sache oder auf zwei Sachen eingehen. Dass wir wissen, wofür Jesus gestorben ist. Denn normalerweise gehen wir nur davon aus und sagen, durch sein Sühnopfer haben wir Vergebung und ein neues Leben. Und wir begnügen uns nur an diese Wahrheit, und das ist auch eine Wahrheit, dass Jesus unsere Sünden vergibt und wir neu geboren sind. Aber das Wunderbare an diesem Text ist, weil wir jeden Tag leben müssen. Und wir müssen jeden Tag, so wie auch Nassim gesagt hat, wirklich jeden Tag so ungefähr gesagt, feiern, Gott feiern und ein wirklich glückliches, erfolgreiches Leben haben. Und wir müssen jeden Tag ein erfolgreiches und gutes Leben leben. Wir müssen jeden Tag leben. Wir wollen morgen aufstehen und mit Hoffnung hineinsehen in den neuen Tag. Und wir wollen auch in allen Situationen unseres Lebens wissen, was da auch so weit passiert. Wir wollen auch erfolgreich sein, den Frieden in unserem Herzen haben, mit Hoffnung in den Tag hineinschauen, und mit Hoffnung in den Tag hineinschauen, keine Angst haben, keine Angst haben, richtig? Das ist eigentlich der wirkliche Glaube. So, und jetzt heißt das, Gott hat uns jetzt alles für Gottseligkeit geschenkt. Alles zum Leben und zu Gottseligkeit geschenkt. Also, alle die Dinge, die Grembehaer die Grembehaer die Grembehaer über uns gefordert. Und diese Dinge, die Grembehaer die Grembehaer die Grembehaer der Grembehaer, um uns mit diesen Tieren zu machen, die Grembehaer die Grembehaer die Grembehaer zu werden. Bis wir mit diesen Tieren zu machen, eine ganz andere Sache als nur, dass erlösst zu sein. Das heißt, in anderen Worten, ich bin berufen, ich bin erlöst worden durch Jesus, durch sein Zündetat, Zündetoffer. Damit ich göttliche Natur teilhaft werde. Das heißt, ich möchte ein göttliches Leben leben. Du sitzt da und du bist erlöst worden, damit du ein göttliches Leben in dieser Welt lebst. Und Jesus ist unser Beispiel. Er ist der Sohn des Menschen. Er hat wie ein Mensch gelebt. Aber er hat ein göttliches Leben gelebt. Er hat ein göttliches Leben in sich gehabt. Die Natur Gottes hat er gelebt. Und deswegen hat er uns jetzt auch diese ganzen Verheißungen geschenkt. Und dass dieses göttliche Leben, damit wir genauso ein göttliches Leben jetzt, heute leben können. Gott hat in uns alles reingelagt. Damit wir dadurch, dass wir das benutzen, damit wir anfangen ein göttliches Leben zu führen. Und deswegen schreibt er, deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Das heißt, wenn ich das verstanden habe. Das heißt, das was ich jetzt verstanden habe. Das ist, dass ich weiß, dass mir alles gegeben ist. Ich weiß, dass mir alles gegeben ist. Die göttliche Natur ist in mir drin. Und ich muss das nur ins Leben bringen. Und das ist ein Leben, ein göttliches Leben leben in dieser Welt. Warum sind viele Christen oder leben viele Christen eigentlich mehr in einer Niederlage? Warum mehr oder mehr oder mehr oder ein paar von Messiehien in einer Niederlage leben? Warum meckern wir so viel? Warum machen wir so viel? Weil wir das falsche Glauben. Wenn 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 wir das falsche Glauben. Dann treffen wir auch falsche Entscheidungen. Und das falsche Entscheidungen folgt, dass wir ein falsches Leben leben. Und das falsche Glauben ist, dass wir das falsche Glauben leben können. Amen. Die Botschaft heute ist. Das Gott uns hineinbringen möchte. Und genau so eine Niederung rufen möchte. Und dass du weißt, du hast ein göttliches Leben in dir, göttliche Natur in dir drin. Und wenn du das weißt. Und wenn du das weißt. Das ist das größte Schatz, was ein Mensch empfangen kann. Und dann fang ich anderen zu arbeiten. Damit dieses Leben offenbart wird. Und in diesem Leben ist der Zieg. Und in diesem Leben ist der Zieg. Schadig ist. Vollmacht. Und in allen Problemen macht es dich zu einem überwinden. Und wenn du das nicht weißt. Und wenn du das nicht weißt. Such immer außerhalb von dir etwas. Du immer sagen. Schadig aus dir. Aber sag einfach. Ich habe göttliches Leben in mir. Es ist tief in mir. Die göttliche Natur ist in mir. Und das musst du jetzt glauben. Das brauchst du nicht zu überwinden. Es ist jetzt als Beispiel gesehen. Stell dir mal vor. Dein Herz ist wie ein Garten. Ein Ungläubiger hat ein Garten. Und in diesem Garten sind vollen. Wie heißt das? Unkraut. Und in diesem Garten sind vollen. Alles wächst, aber keine Frucht da ist. Und du hast auch kein Zamen zu sehen. Und deswegen haben wir damals, als wir ungläubig waren, in Depressions, in Angst, in Zorgen und viele Sachen gelebt. Das ist ein ungläubiger. Er sucht in seinem Herzen frucht und er findet nichts. Er ist in seinem Herzen eine Frucht und er findet nichts. Voller Stacheln. Und du reistest raus. Du reistest raus. Du reistest raus. Es wird wieder von vorne. Und ein gläubiger ist einer, wo Gott gekommen ist, diese ganzen Unkraut, diese ganzen Dieseln, diese ganzen Schacher, diese ganzen Schacher alles rausgerissen hat. die ganzen Würmer, die ganzen Krieg, die ganzen Schacher, die ganzen aufgefressen hat, alles gesäubert. Und jetzt sagst du so, ich gebe dir zahmen zu zählen Das zählen musst du selbst Aber diese, die, 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 die kann ich dir geschenkt Das einzig was du tun musst Daran glauben und diese Ehre sehen Und dann auch noch daran arbeiten Amen Könnt ihr euch vorstellen, oder könnt ihr euch daran erinnern Als Adam und Eva gesündigt haben Da hat Gott gesagt Zu Adam sagt er Weil du die Stimmen deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum Von dem ich geboten habe, nicht zu essen So sei der Erdboden verflucht Um deinetwillen Mit Mühsal sollst du davon essen Alle Tage deines Lebens Und mit Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen Und du wirst das Kraut des Feldes essen Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen Deine 25 55 29 25 27 27 19 19 19 19 19 19 20 20 Okay, sagst du, aus dem Weg zu erinnern? Weil du aufst. Weil du mein Gott kennst. Ich habe gesagt, dass du kein Mensch mehr für dich kennst. Du hast du und du hast dich. Du hast dich nicht. Du hast dich nicht. Okay, du hast dich. Du hast dich. Okay. Okay, this woman who made me green, gave me the fruit of the tree to eat, then the Lord said to the woman, what is the thing you did? The woman said, give me the fruit of my fruit, I ate. We are not here, we are not here. We were in the 17th, we were in the 17th. We were in the 17th. Maybe we were in the 17th. And the man said, because you heard the door of your heart and you were in the tree, you ate, and I said, I said, you don't eat from this, then it was because of your land and all the days of your life, you ate with the fruit. You don't want to eat and eat with the fruit and the fruit of the trees, and the fruit of the tree, you don't want to eat until you return to the tree, you have been taken from it, because you are the tree and you are the tree. Okay, good. Thank you. So, in other words, that is the heart of the unbelievers. In the way that you see, Adam, in the heart, I don't want to eat. In the face of your eyes, you are the whole time working and working and working, you have no fruit. But when God created Adam, as God created Adam, he put them into the garden, and then, yes. But when God created Adam and created Adam, and created Adam, then it says, and God, the Lord, took the people and put them into the garden, to build them and keep them. Amen. Amen. God said thank you, that God gave you a garden, a new heart. and God gave you a garden, and God gave you a beautiful word. God gave you a beautiful one. And God gave you a beautiful spirit. And he gave you a beautiful life. Du kannst auf dieser Erde ein göttliches Leben leben. Wenn du das nicht glaubst, dann lebst du natürlich nicht ein göttliches Leben. Und in diesem göttlichen Leben ist Charakter Gottes, die Natur Gottes. Gott ist nicht der Hinterher, damit er dich nur segnet von morgens bis ab. Er hat dir nicht dieses Leben, diese Verheißung gegeben dafür. Sondern er sucht in dir Charakter, seinen Charakter. Jesus hat sein Blut vergesst, damit er dich und mich seine Natur gleich macht. Damit ich Teilhabe seiner Natur werde. Dass ich sein Wesen lebe. Kein Mensch wird mit Charakter geboren. Aber diese Charakter eigene Studie an. Kein Mensch wird mit Gewohnheiten geboren. Die Gewohnheiten eigene Studie an. Du lernst es aus der Gesellschaft. Du lernst es durch dich, durch deine Natur. Und sobald ich jetzt eine göttliche Natur in mir habe. Da muss ich meine Gewohnheiten dem göttlichen Natur anpassen. Und sobald ich mich her. Du lernst es diese Fragen. Oder ich muss es nicht. Du lernst es? Ich muss mir die Augen schauen. Ich muss dir das Ding sehen. Ich muss diesen Menschen sehen. Also wenn ich Wenn ich meine Gewohnheiten habe, zum Beispiel, ich habe Zigaretten geraucht, und wenn ich Freude haben wollte, bin ich dann in die Diskotheken gegangen. Wenn mir jemand da entgegengekommen ist, was mich beschimpft hat, habe ich dann zurückgeschimpft. Und es hat auch in meinem Herzen Bitterkeit oder auch Hass gegenüber Menschen. Und wenn Leute mir Böses getan haben, dann habe ich versucht, genau das Gleiche ihnen zu tun. Und wenn jemand bei mir ein Partner verabschiedet hat, dann kann ich ihn nicht verabschieden. Es ist irgendwann ein Charakter. Es ist einerseits dieser Charakter und andererseits die Gewohnheiten, die ich dann auch in mich hinein gebracht habe. Ein paar Geschichten, die Charakteren meiner Charakter, meine Charakteren meiner Charakteren. Es gibt ein paar Achtungen, die ich dann in dieser Welt herausfinde aus der Welt herausfinde. Und so von dem Zeitpunkt, wo ich die göttliche Natur teilhaft wurde. dann wusste ich, dass meine Gewohnheiten sich auch ändern müssen. Wenn hier, wie wir gelesen haben, weil wir diese göttliche Natur haben, deswegen sagte er, fangt an, wie es heißt, fangt an mit Fleiß dran zu arbeiten. So, das heißt, im Grunde genommen, mein Leben ändert sich, meine Gesinnung ändert sich und die Gesinnung Jesu ist in mir auch drin. Und sogar diese Gesinnung Jesu muss sich in mich hinein arbeiten. Und das heißt, in meinem täglichen Leben muss ich bewusst sein, was ich für ein Leben habe, wie muss ich leben, und gleichzeitig unter welcher Gnade lebe ich eigentlich. Wir denken immer, und das da versagen wir oft, wir Gläubigen, wir denken immer, mit Jesus zu leben ist von Wunder zu Wunder, von Kraft zu Kraft. Und wenn wir eine Woche lang nichts erlebt haben, in dem Sinne, und wir denken, wenn wir eine Woche lang nichts überwinden, wir denken, dass Gott uns verletzt hat, und Jesus nicht unsere Stimme hat, und irgendetwas muss falsch sein, aber die gute Botschaft ist, meine Geschwister. Das Gott ist Gnade, das Gott ist Gnade, und Gott ist Sprechen, und die Wunder, diese Wunder und die Wunder, die mich. Das Gewalt hat sich in einem täglichen, normalen Leben. Die Wunderbar ist, dass du pluginst. Die Wunderbar ist, dass du eine Wunderbar bist. Wenn ich morgens aufstehe und ich weiß, dass ich göttliches Leben, teilhaft bin an göttlichen Natur und Gott hat es mir geschenkt. Ich habe das in mir. Und ich habe Vertrauen zu dem Gott, ob dem Vater oder Jesus dem ja das geschenkt hat, dass er dafür sorgen wird, dass er mich leiten wird, dass er mich schützen wird, dass er mich dafür sorgen wird, dass diese Früchte mir offenbart werden. Ich habe Vertrauen zu ihm, dass dieser Tag, er mit seiner Gegenwart mit mir ist. Obwohl ich nichts fühle, aber ich vertraue ihn. Und in diesem Vertrauen und diesen täglichen Begebenheiten in dieser Begeleidung, oder in dieser Begeleidung, in dieser Begeleidung, dass diese Früchte mir oder diese Natur mir sich offenbart. Wir denken immer wenn wir in die Gemeinde kommen Wir denken immer wenn wir in die Gemeinde kommen Und das Wort Gottes hört Und im Low Price Gott uns begegnet Da passiert etwas in uns Und da wachsen wir Ich möchte sagen darin glaube ich nicht so Unser tägliches Wachstum Passiert in den kleinsten Dingen Was in deinem Leben Privat Arbeitsplatz Familie Freizeit Spat In allen Bereichen Da ist es Da passiert diese Transformation Es kann sein dass du zwei Monate drei Monate gar nicht richtig in dem Sinne so Gott fühlst Aber dass du vertraust Dass in den kleinsten Sachen Gott sich offenbart In den kleinsten Sachen heisst das hier Säi konin Fangt an das Dieses Leben Rauszubringen Daran zu arbeiten In den kleinen Sachen Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Und sobald die Krise traurig ist. Und sobald mich hinein. Und da fängt Gott die Früchte herauszubringen. Nicht in den konferenzen oder in den Seminaren oder Sonntag im Gottesdienst, wo der Heilige Geist kommt. Dein Leben, in dem Sinne, oder unser Leben läuft so, als würde nichts passieren. Und du lebst in diesem Gegensatz, in diesem Vertrauen zu Jesus. Und irgendwann kommt und büsch, berührt Gott dich. Und du erlebst ihn. Und du empfängst segnen. Oder ein bisschen mehr Erkenntnis von seiner Liebe. Man legt dann die Hände auf und du spürst etwas. Das ist nur etwas, was Gott dir nebenbei schenkt. Aber das bringt dich nicht zum Wachstum. Aber diese Hände nicht auf dich. Da entstehen keine Früchte. Da entstehen keine Früchte. Aber diese Früchte entstehen. Und du wachst. 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 Umstände. St 포che. Uinta, ja. Du wachst. Du wachst ein Film. Und du wachst. Und du weibst. Und du rufst. Und du rufest. Es wird sogar auch negativ passieren. Du machst einen Unfall. Das war der Teufel. Gott hat das zugelassen. Er hat was vor mit dir. Seine Natur soll herauskommen. Es geht um seine Natur. Ich habe mich angewöhnt. Jeden Morgen alles was du machst für den heutigen Tag gut und böse ich akzeptiere das. Und danke dass du dabei bist deine Natur in mich auszichtbar machen. Das ist der richtige Glaube. Und diese Glaube bringt du eine richtige Entscheidung. Und diese Entscheidung bringt dich dazu dass du anfängst zu wachsen. und diese Entscheidung und dieses Leben in diesem Leben ist keine Angst mehr. Weil ich habe Vertrauen dass alle Schritte die ich tue und wenn ich runterfalle alles ist schon für mich vorbereitet. das einzige was ich tue sage warum ist das passiert. Tuna die ich tue die ich tue und sagen warum ist das passiert. Ab und zu sagt wie er mir Gott gibt es die ich tue und ich tue Ich gehe weiter. Ich möchte dass die göttliche Natur mich rausbringt und er ist verantwortlich. Ich möchte dass diese Welt in mir hinter mir und er will mich helfen. Amen. Abraham als Gott ihn berufen hat und er sagt Abraham komm raus. Ich bringe dich in ein Land wo mich und Honig fließt. Ich bringe dich in ein Land wo mich und Honig fließt. Abraham hat nicht gesagt okay komm erst mal runter und dann sag mich was ist der Weg wie warum und wo machen pausen oder was auch immer. Abraham sagt dass Abraham nicht wo ich bin wo ich bin wo ich bin und wo ich erinnere. Abraham hat nur Eman und erinnere. Da kam der Bruder von Abraham Erinnere. 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 Er hat Gott mit Lut gesprochen? So, und dann kommen sie da hin und dann gibt es dann Probleme zwischen den Schafherden von Abraham und von Lut. Und Abraham hatte die Verheißung. Er hatte die Autorität. Und dann sagte er, Lut, Lut, Lassuschen ist. Er hat keinen Zweck mit Lut. Mit einem Schafen nicht, mit einem Schafen nicht. Und bei Lut sagt er, Papa, diese Weise nicht. Wir können uns einfach nachher gehen. Wir können uns einfach nachher gehen. Lassuschen. Wir können uns da gehen. Aber Abraham hat gesagt, Lut, Lut, ich habe die Verheißung. Ich entscheide wo wir hingehen. Wo ich hingehe. Nein, ich kann uns sagen. Er hat mich überrascht. Er hat mir gesagt, dass ich mir die Verheißung auf Gott gerät. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich sage, wo ich bin. Wo ich bin. Da hinten ist diese Jodern. Es ist alles schön, grün, Wasser und schön der Stadt. Auf der anderen Seite ist die Wüste. Auf der anderen Seite ist die Wüste. Lut, bitte gehst du in die Wüste. Weil Gott dich sowieso nicht berufen hat. Ich gehe in diese grüne Ebene. Er hat die Verantwortung. Er hat die Berufung. Er war auserwählt. Er sagt zu diesem Lut. Entscheide du. Lut guckt das grüne Land an. Sodom und Gomorra. Lust. Freude. Leben. Früchte. Wasser. Er sagt, ich will das hier. Er sagt, ich will das hier. Aber er sagt, okay, ich gehe in die Wüste. Er sagt, ich gehe in die Wüste. Warum? Warum? Weil Gott vertraut. Weil er eine Verheißung hat. Es ist egal, ob das die Wüste ist. Gott ist die Wüste. Er sagt, ich gehe in 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 die Wüste. Er schickst du. Er schief in die Wüste. Er schief in die Wüste. ohne zu beten, ohne zu fragen oder man, ist egal oder eine Arbeit da kommt jemand an und bietet dir eine Arbeit an monatlich 2000 Euro das ist Gott Gott hat mich berufen Gott möchte, dass ich reich werde nicht fragen, nicht beten und viele Leute in unserer Gemeinde sind in die Falle des Teufels reingeraten gebunden sie sind dadurch in die Drogen mit Drogen wieder in Verbindung gekommen weil sie einfach nicht erkannt haben, was für ein Leben in sich haben und Gott erlaubt solche Sachen damit dein Herz offenbart wird, was willst du eigentlich Gott erlaubt sogar, dass du wirklich ein Problem reinfährst die Frage ist in dem Moment, was entscheidest du an welchen Gott glaubst du was für ein Ziel hast du Gott möchte uns heute wirklich mal rütteln und dich daran erinnern du hast ein göttliches Leben in dir und dich daran erinnern und dich daran erinnern du bist teilhaft an Gottes Natur fang an das daran zu arbeiten dass das herauskommt und vertraue mir dass ich gute Ziele für dich habe dass ich gute Ziele für dich habe vertraue mir dass alles was in deinem Leben stattfindet auch negativ auch wenn du ein halbes Jahr ein Jahr gebetet hast du hast immer noch keine Wohnung auch wenn du sechs Jahre lang nach deinem Pass bist und du Christ immer noch du bist immer noch nicht aneignin Gott hat einen Plan und sein Plan ist seine Natur erst hier herausbringen er kann dir von morgens bis abends segnen er weiß was er tut in unserem Leben und sobald ich vertraue trete ich in seinem Schlam hinein und ich bin innerlich ausgeglichen mitzunehmen innerlich auch ruhig und ich weiß ich bin Gottes Händen und ich bin in meinem Taadol in der Aramie und ich bin in meinem Taadol und ich bin in meinem Taadol und ich bin in meinem Taadol und alles was passiert und ich bin in meinem Taadol und ich bin in meinem Taadol du fängst an zu beten du fängst an zu warten du fängst an zu spät du fängst an zu spät du fängst an zu spät zu spät du fängst an zu spät und zu spät und zu bieten ist das von Gott? Nassin Can ich möchte Gott hat mir das und das gesagt soll ich machen soll ich nicht machen bitte bete weil ich bin verantwortlich für dieses für dieses leben für dieses göttliche Leben Vor zwei und halb Jahren bin ich betrogen worden. Ein paar Jahre später, habe ich einen Kullar gekostet. Und als ich das getan habe, es ging auch um eine größere Summe von ungefähr 8 bis 10.000 Euro. Und dann habe ich, als ich das gemacht hatte, ich möchte nicht mehr mit dem Geld zu tun, aber ich hatte mit einer Person zu tun. Und er hat mich so quasi über die Augen gehauen. Und dann als das passiert ist, habe ich überlegt, habe ich gesagt, warum habe ich das getan? Und dann habe ich gesagt, warum habe ich das getan? Ich wollte das gut tun. Aber das ist negativ geworden. Warum war ich so blöd? Und dann habe ich gemerkt, als Gott sagte, ich habe es zu gelassen. Ich habe es zu gelassen. Ich möchte etwas in dir tun. Ich möchte etwas in dir tun. Und dann habe ich mit Nassim gesagt, ich weiß nicht warum ich das getan habe. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Gott hat zu gelassen, dass ich diesen Filler mache. Und dann habe ich mit Nassim gesagt, ich weiß nicht warum ich ein Konflikt mache. Ich weiß nicht warum ich das ein Konflikt mache, aber ich habe mir das Gefühl, dass ich das Gott erinnert habe. Und dann habe ich mit Nassim gesagt, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde alle diese Geld zahlen. Ich werde alle diese Geld zahlen. Und dann habe ich gebetet und gesagt, nein, das ist nicht von Gott. Und dann habe ich mit Nassim gesagt, nein, das ist nicht von Gott. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht von Gott. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht von Gott. Ich wusste, es ist nur, als würde ich ein Konflikt machen. Ich wusste, dass ich das richtig ist und ich mich nicht von Gott schlafen wollte. Ich habe das nicht angenommen. Das Problem ist, hat zugenommen. Es wurde noch schlimmer. Ich wurde noch schlimmer. Nachts konnte ich ab und zu nicht schlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin vier Uhr und schweiß gebetet aufgestanden. Meine Knochen traten wie. Ich habe das nicht von Gott. Ich habe das nicht von Gott. Ich habe das nicht Ich habe die Wahrheit in mir gehen greatest. Ich habeữa Spiele. Ich habe Paster. Ich habe natürlich in den Augenblick um Vergebung gebeten und gesagt, Herr, mach mich frei von diesen Gedanken. Ich bekenne, ich bin das. Es egal, ob ich passto bin oder nicht passto bin, aber immer sind diese alten Eigenschaften, die nicht von dir sind. Und ich habe hier geprägt, ihr sollt vergeben. Und ich merkte, ich habe das. Ich habe natürlich immer wieder dagegen entschieden. Aber ich habe gesagt, Herr, ich möchte nicht zöndigen, aber ich bitte dich, verabschiede dich. Aber ich habe gesagt, ich habe immer wieder gesagt, Herr, ich bitte mich. Nassir hat mitgelebt. Nassir hat mitgelebt. Das war für sie auch schmerzhafte Zeiten. Und dann habe ich gesagt, dass diese Menschen nicht nur negativ sind, sondern ich beginne, ihnen zu helfen. Und ich fing an, mich in seine Lage zu versetzen. Und dann habe ich gemerkt, dass er wirklich so sehr unter Druck war, dass er das mit mir gemacht hat. Und ich konnte nicht fühlen. 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 Und ich fühle mich, dass Gott gesagt hat, hilf Ihnen. Es ist entgegen gesetzt der alten Natur. Aber Gott sagt, wenn du meine göttliche Natur in dir wachsen lassen möchtest, dann fang an diesen Weg, diese Entscheidung zu treffen. Aber Gott hat mir gesagt, wenn du die Natur in dir wachsen lassen möchtest und stärker sein möchtest, dann starte ich mit diesem Menschen zu helfen. Und ich habe wirklich diese Kraft. Und ich habe wirklich diese Kraft. Und ich habe wirklich diese Kraft. Und ich habe diese Kraft. Und ich habe diese Kraft. Ich habe diese Zeit. In dieser Zeit, wo ich lebten habe. Ich habe gesagt, dass ich in der Rang geflogen habe. Ja, ich hätte nur das Geld von dieser Person genommen können. Aber das war immer so die Stimmen von der alten Natur. Aber ich möchte dann sagen, durch diesen Prozess, wo ich durchgegangen bin, bin ich so an Gottes Egentnis gewachsen. So sehr innerlich auch gewachsen. Und ich habe schon ein Gottes Charakter kennengelernt. Und ich habe auch ein Gottes Wesen. Das Wesen Christi auf dem Kreuz kennengelernt. Das ich jetzt mit nichts mehr tauschen möchte. Und dann sage ich, was habe ich für eine Gnade gefunden. Dass du mich in diesen Feuer reingetan hast. Du hast mich in den Feuer reingetan, weil du mich so sehr liebst. Weil du das Beste für mich machst. Und ich danke dir, dass du den Rest meines Lebens in deine Hand genommen hast. Und ich will mich von nichts mehr fürchten. Das Schlimmste, was passiert. Du bist da hinter. Du bist da hinter. Weil du möchtest, dass die Natur, die du mich in Gelegt hast, herauskommt. Und du möchtest, dass die Natur, die du in mir bereit hast, herauskommt. Amen. Liebe Geschwister. Wenn Gott mich oder Nasrin in ihnen bereichen, wo sie genauso durch schlimme, schlechte, feierige Zeiten durchgegangen ist. Wir müssen da durchgehen. Damit wir etwas erleben, etwas erleben, um es weiterzugehen. Es ist nichts Egoistisch oder es ist nichts, auch wenn es persönlich ist. Es ist nichts, was für mich anbetrifft, sondern es betrifft den ganzen Leib. Es geht um das Leib Christi, dass wir da drin wirklich lernen, gut zu wachsen. Und jeden Tag in diesem Sieg, in dieser Vertrauen zu Gott zu leben. Dass du weißt, dass dein Wachstum hängt von dem ganz normalen, der Erbeizung selbst bei dir und wichtigst, dass alles in diesen BU-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-T Das sind diese kleinen Punkte oder Lebensumstände, die Gott vorbereitet, damit du geprüft wirst, also für dich selbst geprüft wirst, damit du dieses göttliche Leben herausbringst. Das sind diese Situation, die Gott in deinem Leben herausbringst, die Gott in deinem Leben herausbringst, damit du diese und diese und diese und diese und diese und diese. Und? Was ist daraus geworden? Ich bin in meinem ganzen Leben, als man für mich gebetet hat, nicht ein einziges Mal gefallen. Ja, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber Gott wird kommen. Aber Gott erinnert. Abrahams lebte, 15 Jahre passierte nix. 15 Jahre nie erinnert. Und dann kommt Gott und sagt, was ja, mach das. Und dann geht es wieder, 15 Jahre gar nix. Du bist wieder 15 Jahre, nie erinnert. Zu richtigem Zeit. Zu Zeit, wird Gott kommen. Zu Zeit, wo du es brauchst. Bis dahin ist das Zeit, wo du es brauchst. Das ist ein Leben, wirklich ein Sieg. Das ist ein Leben, wirklich ein Sieg. Auch unter Tränen. Aber in den Tränen. Aber in den Tränen und den Tränen ist die Hoffnung. Gott wirkt. Und wenn einer kommt das nächste Mal und sagt, ich wünschte, dieser Bruder oder dieser Bruder und diese Schwester würde sterben. und wenn du einen Tag ein fränen, einen fränen, von dirst? Und sie sagst, ich will nur das Bruder oder dieser Bruder und diese Schwester bemerk. Ich kann das nicht verstehen. Ich weiß, was das für ein Schmerz ist. Ich weiß, was das für ein Schmerz ist. Ich weiß, was das für ein Schmerz ist. Das ist das für ein Schmerz. Ich war nur, ich. Jesus. Jesus hat alle Schmerzen durchgebracht. Es gibt kein, keine Tiefe, die Jesus nicht durchgebracht hat. Der ist unsere Trost. Der ist unsere Trost. Der ist unsere Trost. Panachgau. Panachgau. Zufluchtsort. Zufluchtsort. Panachgau im Osten. Amen. Lass uns zusammen beten. Bis dahin. Ich möchte zunächst, dass du wirklich erst mal siehst und hast du wirklich diesen Glauben dass du Teilhaber der göttlichen Natur bist? Glaubst du, dass Gott dir dieses alles was zum Leben und Gottseligkeit gehört, dass er dieses Geschenk hat? Glaubst du an diese Verheißungen, wunderbare Verheißungen, dass Gott dir, ja gerade dir geschenkt hat? Glaubst du wirklich, was du für ein Schatz in dir trägst? Es ist vergleichbar dein Herz wie der Garten Aiden. Und der Herr möchte heute dir sagen, Ich habe dir alles für dich vorbereitet. Ich habe dein Herz erneuert. Ich habe diese Dreckige Erde von dir weggenommen. die ganzen Dornen und Düsseln, alles was dein Leben kaputt gemacht hat. Ich habe alle diese wilden Tiere, die dir Angst gemacht haben, rausgebracht. Ich habe diese Dämonen und diese Böse Mächte. Und ich habe dein Herz gemacht wie ein Garten Aiden. Und ich habe dir diese Zamen und das ist meine Verheißungen. Alles dir geschenkt. Und ich habe dich heute gerufen. Und ich habe dich heute gerufen. Um dich daran zu erinnern. Dass du anfangs sollst, dass dein Herz zu bewaren und zu bewaren. Diese Zamen ist mein Heiliger Geist. und meine wunderbaren Verheißungen für dich. Und ich habe dich all diese Worte für dich gewonnen. Lass uns, wenn wir jetzt ein Lied hören, einfach die Augen geschlossen haben. Wir müssen die Augen geschlossen haben. Wir müssen nicht singen, nein. und meine Liebe, wir müssen die Augen geschlossen haben. Wir müssen die Augen geschlossen haben. Amen. 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 Ich kann dich unter anderem dich schaden. Ich kann dich einen Geist geben. Ich kann dich nicht so schaden. Ich kann dich nicht so schaden. Ich weiß nicht, dass ich einen Geist, einen Geist, einen Geist, einen Geist und einen Geist, einen Geist. Das ist mein Name. Amen! The world of the world, the world of the world In your life and life, the world of the world Die Kirche von der Kirche von der Kirche Amen. Amen. محمد صورت با جد دلهای ما هم شداری عبادی جایز وجود ما محمد صورت با جد دلهای ما هم شداری عبادی Ay,gh� küss damit, dass sie das Wort kommen und dass sie das Wort kommen. Mehr's sind, wir nehmen, dass sie das Wort kommen. Mehr's sind, wir fragen, wir fragen uns, wie wir dich nach dem Zusammenh ansetzen. ARD Text im Auftrag des WDR In all the way you are, you will be able to do it. And you will be able to do it. In all the way you are, you will be able to do it. In all the way you are, you will be able to do it. In all the way you are, you will be able to do it. Now all the way you are, you will be able to do it. Now all the way you are, you will be able to do it. Amen. 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 Amen.